Hallöchen und willkommen zu einem kleinen Special irgendwas für den Moment, das wird hinterher rausgehauen, weil ich das jetzt nicht an die Story hänge, das ist so Special, was ich hier dran hänge und zwar was bis jetzt geht, wir haben ja hier bis jetzt vier Welten offen und wir nehmen jetzt einfach mal den Squid, den den Fisch, Engling, Typ, habe ich Spike getauft, ganz toll. Blablabla, da muss man, da machen wir jetzt Spezialmissionen, weil ich möchte für die Story mehr Punkte haben, diese Dingenspunkte und die kann ich hier in diesen Level gut sammeln, ich nehme jetzt erstmal, ja, machen wir das alles durch, wir nehmen jetzt erstmal das erste hier, das sind im Prinzip die ganz normalen Welten als Challenge, sage ich mal, wie, dass ich hier oft Zeit habe, aber dafür habe ich diesen dicken Tintenfisch, den Titan, ich sollte mir den Ton leiser stellen. Ich kann so geile faxen, im Prinzip habe ich nur die Pistole dabei, aber ich habe, ich kann mit dem so geile faxen, ey, so, in dem kann ich ja überall hinschwimmen, im Prinzip ist das eigentlich eine, ähm, Superattacke, also so eine Spezialwaffe, sage ich mal, für Multiplayer, aber hier ist es halt so, Challenge-Gütteln, so, ich, ich, versuche mal, diese Bubbles noch mit einzusammeln, aber im Endeffekt ist das nicht richtig, im Endeffekt muss ich einfach nur durch. So, zack, halt, äh, eigentlich will ich die Bubbles hier sammeln, sonst würde ich das ja hier nicht machen. Am Ende gibt es noch ein bisschen Geld für mich, für Gedöhnse, die ich mir kaufen kann. Ach, guck. Das ist, äh, total easy eigentlich mit dem Tintenfisch hier. Mach' noch ab, wenn sie jetzt noch sterben würden, danke, bitte, bitte, danke. Wäre noch ein paar coole Kodulen gewesen. Einfacher. Das brauche ich auch eigentlich nicht, aber das bringt mir immer hin. Gut, wenn ich fertig bin. So, ich möchte mindestens 1.000 Punkte haben, damit ich die Hauptfrau zum Beispiel aufbessern kann. Die braucht gerade für das nächste Level 1.000. Und darum, äh, ja. Darum will ich das so machen. Oh Gott, das ist schon das 2.000, was ich durchspiele. Ich habe das mit meinem anderen Account schon mal gespielt. Komplett. Darum will ich hier gerade schon wieder aufnehmen. Warum muss ich das jetzt tun? Ach, komm, hier, zack. Alles im Grunde kein Problem. Belohnung, am Anfang ist das noch nicht so viel. Was wird das mit der Zeit mehr? Ja. So. Im Prinzip brauche ich hier einfach nur durchraschen. Im Prinzip. Und dann habe ich das schon easy. Geld in der Tasche. Ein paar Punkte noch dazu. Hier, diese Bubbles. Mit dem Dick komme ich hier auch besser auf der einen. Na, komm. Dann kommen die anderen nicht, äh, denn nicht, so. Ja, nee, ist klar. Ey, scheiße. Im Hinblick. Der interessiert mich gar nicht. Fällt mir gerade so spontan auf. Die 3 Viecher hier, die interessieren mich auch nicht. Sollten mich nicht interessieren. Der scheiß Putzfisch hier. Kaut mich an, Alter. War die Karte drin. Was ist denn da? Das ist die Schriftrolle. Ja, das schaffe ich aber noch. Alles easy. Ach, das brauche ich gar nicht so. So, zack. Okay, okay. Die muss ich jetzt vernichten. Dann können sie mal in eine Tinte reinlaufen. Und ich mal die richtige Taste drücke. Auch super. Keine Minute. Nur eine Bräunige. Nein, Mann. Gott. Kein Platz mehr. Scheiße, kein Platz mehr. Das läuft doch gut. Das läuft doch gut. Ich muss jetzt mal die Chance ziehen. Und diesen extra folgen hier. Aber nö. Das lasse ich mal. Ich lasse es auch im Stück an. Das denke ich. Also. Eine so ganze Challenge hier. Das wäre echt zu kurz. Nur so diese. Die mussten Videos hier. Kurz nur. aber ich mache auch nicht jede ich zeige nicht jede ich mach das ich guck mal wie ich das mache hier die erste dann mit dem vielleicht mit dem konzentrator die zweite oder so ich hasse den konzentrator als scheiße ich habe etwas durcheinander ich dachte ich müsste dann was tun aber nein alles gut alles gut Oh, ein Schmur! Suck! Oh, los, stop! Das Coole ist, man kann die Endbosse hinterher auch nochmal fettisch machen mit der bestimmten Herausforderung hier. Und ich krieg den lustigen Helm hier. Achso, Quatsch, das brauche ich, das brauchen wir uns nicht nur angucken, ja. Diese Waffe entspricht, also die Schlusswaffe hier, entspricht nicht dem, was wir im Singleplayer normal haben. Ist mir so aufgefallen, weil bei meinem anderen Account, da habe ich schon die Waffe voll ausgebaut. Ah, jetzt bin ich schon blöd und sogar sehe das hier total, ne. Weil da habe ich die voll ausgebaut und die ist schneller als das, was hier so schießt. So, gut. Ja, das ist, äh, viel zu einfach. Hm, ich überlege mir mal ein Mikrofon anders hinzustellen irgendwie. Aber das krieg ich nicht hin. Ich weiß auch nicht, wie ich das besser klingen lassen kann. So schlecht ist es nämlich eigentlich nicht. 100 Euro kostet das Scheiße, ey. 100 Euro. Schon eine Menge Geld. So, das war's. Das ist der komische Helm hier. So, die anderen spiele ich dann für mich selbst. Später. So, das ist es jetzt klar. So, jetzt ist es so, natürlich. So, jetzt schon mal von einer Tat. Wo wird denn da? So, jetzt nun man da, was wir mit einem Tal Einglager nicht интересen.